Hallo und herzlich willkommen zu dem zweiten Versuch diesen Leistungs. Wir haben das Problem beworben. Ja, und jetzt geht es weiter, wo wir aufgehört haben. Vielen Dank. So, wir fahren jetzt auf jeden Fall. So, wir haben das Problem. 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 Welche Linie muss ich denn da herfahren? Das ist der Hauptbahnhof. Da vorne in den Kreisverkehr reinfasst, weil es so zwei ausfällt. Zweiter? Mhm. Wie ich Ampeln hasse, ey. Wie ich Ampeln hasse. So, jetzt fahren wir erstmal weiter. Auch schön an die Geschwindigkeit halten. So. So. So, jetzt wird die zweite Ausfahrt raus. So. 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 Vielen Dank. 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 Oh. Okay. 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 Leute. Okay. 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 ja und der Jan der will dann auch mal ne Tour fahren also ich fahre hinwärts rückwärts ja Rücktour halt ach du scheiße ja dann bekomme man keine Kollision machen das wäre es jetzt ja wir sind 15 auf 10 30 das ist richtig das checken die 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 auch ist 16 um die hinsitzung ich bin es ist schenzen und schul und das ist die 15 16 Lotten, äh 16 Lotten. Die Ampel kriegen wir noch. Die bekommen wir noch. Ist der rot oder grün? Oh, jetzt ist grün. Will ich mich verraschen? Die wollen mich doch vorher mal. Alright. So, ne, hier müssen wir halten, die 36 sind lang gelder, die sind gut, ich bleib einfach vor sich selber mal stehen. Oh, jetzt wird endlich grün, jetzt wird's grün. Los die Fahrt! Ist hier schon die, ne, noch nicht, ja, gleich sind wir drüber. So, dann müssen wir natürlich hier die linke Seite. Hoops, sind wir natürlich auch immer. Die Amel sehe ich noch gerade so. Jetzt grün. Na komm, da muss ich jetzt eh hier rein gehen. Mach ich gerade aus? Los, Kollege. Ja. 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 Jetzt fahren wir mal rechts ran. Jetzt hab ich komplett ungedrückt. Tür raus. So. So. Stell uns erstmal Zeit vor. Ich hab' da noch Zeit. Ja, mach das. Wie lange hab ich da noch Zeit? Ja, nicht so. Weiß ich. Schau dich, ja. Müssen wir halt'n Fahrprogramm mal kurz abbrechen. Ach, nein. Nein, nicht wahr aus. Müssen wir halt'n Fahrprogramm mal kurz abbrechen. Alles halb so schlimm. Boah, das ist schon ein bisschen heller. Das ist schon ein bisschen heller. Ich hab' einen Fahrrad gemacht. Ich hab' einen Fahrrad gemacht. Ich hab' einen Fahrrad gemacht. raus und lass uns ein kleines Spezialgesuchten, in seiner kleinen Überraschung dabei. Und immer mal über mich, dass wir nicht verraten. Jetzt müssen wir erstmal einen Auftrag abbrechen, dann da drauf, dann auf 7, auf 5. So, sonst hätten wir ja viel zu spät gewesen. Aber ob sie die Fall der Ehe hält, ich durch Schulkinder wird, sondern auch Erwachsene, obwohl ich mich auch frage, dass es ein Schub ist. Einfach Ehe excellentes. So, ich mache das Krass. So, ich habe ja zwei Jahre lang. So, ich mache das Krass in der ersten Linke. So, ich für mich. Ja, die drüge. So. So, es ist mir klar, so nachdem ich dir die, von verspricht, ein Leut, vonмutzen, die drüge ich nicht. So,'s das Frau steht um, der Ziel ist es. So, ich habe einen schönen Ort, der ich nicht. Soll ich, be pon sua, die drüge ich nicht. Soll ich, dann du dir, mich nicht. Soll ich analytics zu machen, Oh, cool. Loading all. So, jetzt haben wir erst mal via Linie, Montag bis Freitag, um die 108, gell? Ja, das ist gar nicht so. Okay. So, jetzt haben wir das erste Mal weg, jetzt gehen wir da rüber und dann müssen wir da rüber Hongkong. Oh, okay. Okay, go. Vielen Dank. So, jetzt fahren wir erst mal zur Stadthaltestelle, würde ich sagen. Zahn Nr. 30. Das steht. Da kommen auch schon die ersten Leute. Das steht. Da kommen auch schon die ersten Leute. Jetzt müssen wir noch mal kurz auf Wiederantworten. Da kommen auch schon die ersten Leute. Da kommen auch schon die ersten Leute. Ich gehe mal erst noch auf Zion, weil ich kann keine Fahrt schon verkaufen, das ist einfach... Ich hasse das. Ich bekomme das einfach nicht auf die Reihe. Das ist ja wie Untertahre. Wir müssen jetzt hier sparen, oder wie mit dem Licht. Und das ist ja nicht so. Ich meine... und und nicht nichts Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, okay, dann fahr ich halt 03 los. Okay, jetzt bitte ich weiß, dass sie gucken sind. So, jetzt warten wir noch bis 03. Okay, wie ist der Jan, Sascha? Wie ist der Jan schon so gesagt? Können ja schon mal da rein. Ich meine, ja, da, ups, weißer Mensch. Ich will jetzt nur machen. So, jetzt haben wir los. Ist halt so kein Riesen, ne? Ja, aber das ist halt auch nicht so gut. Okay. So, ich glaube, ich weiß, wie ist das? Ich will es schon. Ach, Halt, du Mundschweihl. Wieder uns gestiegen. Jetzt bin ich beeilen, wegöln, hochzack, geschafft. Na, nach vorne heißen. Achso. Ich war fast falsch. Död, död. Ich war das schlimmste Ding, natürlich. Erst vergesst du den Mundschweihl. Können Sie die Heizung bitte anmachen? Heizung anmachen, ja. Natürlich machen wir die Heizung an. Hast du die Zeichen abgedrückt, oder was? Hm? Machst du die Heizung an schon, nicht? Ich rufe. Ich rufe sehr. Dentistische dem Gutrabe. practienen Sie die Haltweig. Schönen Sie die Haltweig machen? Wenden. Ja, ich muss wenden, hat er Jan gerade gesagt. Jan kennt ihn, denke ich, aber schon auswendig und der spielt das eigentlich sehr oft. Aber zurzeit spielt er eigentlich meist Euro-Toxen-Multiplayer. Da hat er auch mal eine Spedition. Wir können da gerne beiträgen, das ist die Asphalt-Cowboys-Logistik. Auch genannt ACL. Und die ist echt gut. Jan sucht auf jeden Fall einen Fahrer. Guten Morgen. Wie ist das denn für ihr? Hallo! Ich bin jetzt theoretisch auf Schuhkirchscher wieder von Martin. Er ist nämlich die Tür öffnen, dass das ein rechten Ding ist und das ist ja gar nicht. Das ist ja gar nicht so. 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 Ich weiß nicht so. Das ist ja gar nicht so. Ich war doch nicht gut. Ich versuche in letzter Zeit meinen Kanal vielleicht darüber zu stellen und Videos hochzuladen und es noch live zu machen. Das passiert alles sehr selten, aber ich versuche das mal öfters zu machen. Wenn ich meine Zeit habe neben der Schule. Ein Bus hat immer glücklich sein. Wir haben Spaß. So. So. So mit ihm. Na komm, fahr zu. So. 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 die 20 15 und und ausgestiegen Das ist mir auch mal bereit, weil du das gesehen hast, ey. Ups. Falschtaste. Nee, schön stehen bleiben. Nein, was verdammt, glücklich ein, was verdammt, schmerzst du 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 du. Auf die Spurklopmpchen kommt halt nicht, weiter r jiggen,? Dein Schlaff, kolom querrежige Mom Consumer Academy. с Eubiger zum Schlaff. Einer Scorpion ja, er ist gefallen. Sag dir die Modus, plötzlich ist da auch und dann gut in dir da shaving, hätte ich dachte, in der Stelle um dich Yao Vertraue. Noch mal her, das hat ich dich nicht. Mit Corona, die sicher verfälliger Erde ... Was geht einfach? Es hat ja dadurch, dass ich dich nicht misterieren durfte, nein mamiques sonst ihren, ieri Garniss있, Ich bin,舒yim, Wieso? Ja, so der Zeit für sie? Ja, nicht mehr hoch. Warum? Und nicht mehr weg? 120 Menschen schon mal glaubt. Wo ist ein Mensch? Schlaf nur. Bei 80 ist das noch nicht. Das war der 90er Schuss, also niemander für mich. Aber 90er Schuss... Schade,も laune, ich wollte nichts gegen mich reden. NEIN, 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 NEIN... Ach, da gibt es aber was hier. Nicht nur 20. Der Kabel an Produkten. Ja, sind wir jetzt. Verrückt. und im das das schluss 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 Was geben? 60 habe ich. Jetzt haben wir auf die nächste Autobahn. Ach Leute, Leute, Leute. Oh, Patscha, Patscha. Ey, jetzt sehe ich nichts mehr wegen dem Arsch. Sorry. Jetzt kann man wieder treten, oder? Nein, das ist geil. Oh Gott, da blieb doch schon. Ehe der Feier. Nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. Dann müssen wir auch lieber ein bisschen ab, weil sonst ist es ein bisschen steuer. Boah, hat das immer vollkass. Ja, das ist immer vollkass. Ja, das ist immer vollkass. Ja, das ist 1 A. Es ist leider gerade, können wir die euch wirklich nur empfehlen. Also, da ja nicht. Ich hab's nicht. Ich muss ja anhalten, gell? Ja, ich fahre schlecht, weil ich die Halsstelle gerade nicht gesehen habe. Leica. Guten Morgen. Ja, hab gedacht, da ist das Spiel der Boi. 030. Ja, 030. Quatsch-aussicht. Wer ist irgendwas nach der Schule oder? Hmm? Weil der ist eigentlich nicht so. Na, so... Ich mach das super locker. Hier muss ich es auch anhalten. Die Ecke muss ich auch anhalten. Hallo. Morgen. Ich stehe ein bisschen auf dem Punkt. Es war noch gelb, wo ich losgefahren bin. Also. Schon wieder anhalten. So. Haltestellen machen die denn? Ja. Da musst du aber wenigstens noch ein Stück laufen. Aber hier? Ja. 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 Klipopo Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.